Nächstes Mal bei Heldenländle. Ich bin Annalena Blaschke und ich bin Auszubildende im Tierheim Lindau. Wenn Hunde die ersten zwei Wochen da sind, die wissen dann gar nicht, was ist hier los, warum bin ich hier, warum werde ich nicht mehr abgeholt. Leute suchen halt meistens ein einfaches Tier. Heldenländle, Freitag, 18.30 Uhr bei Regio TV. Vielen Dank.